Ja und herzlich willkommen zurück zu Cyberpunk 2077. Wir haben hier unser Paket aufgesammelt, das offensichtlich ein Mann ist. Wieso auch immer und wer auch immer das ist. Auf jeden Fall müssen wir ihn hier wegschaffen, ohne dass die Tile Claws uns hier erwischen oder sehen. Vielleicht geht das ja auch ohne dass wir die anderen wieder fallen müssen und einfach hinterher wegschleichen können. Oh, damn it. What the hell? Oh shit. Ich muss dich kurz hier ablegen. Geht das? Nein, ich bin... Meine Angst. Nein, ich bin... Wir müssen hier durch. Will ich irgendwie jemanden von die beiden ablenken? Ich speichere mal kurz. Vielleicht beim einen Speicherlöschung... ...den anderen packen. Bitte, bleib mir allein. Hilfe. Geht doch. Nee, ich bin nicht blöd. Ich bin gut. Ich bin einer von den Guten. Keine Angst. Wir retten den jungen Mann hier schliesslich. Und jetzt können wir hier ganz leise... ...mit was von hier weg. Ich hoffe mal, weil sie uns nicht bemerkt haben, greifen sie uns dann auch nicht während der Fahrt an oder so. Ich denke mal nicht. Weiter haben wir jetzt das leise erledigt. Und dann können wir danach, wenn wir diesen Auftakt fertig haben... Endlich zu Roadtrip. Endlich zu Roadtrip. Bisschen Food mitnehmen. Auf dem Weg. Okay, Speicher nicht möglich. Das ist das Auto. So, was in letzter Weise bereitgestellt wurde. Leg den mal in den Koffer auf. Steuern das Auto von Demons. Lieben wir den Mann bei den vollgegebenen Koordinaten ab. Das Lied ist auch ziemlich leise. Das Schlimme ist mittlerweile... ...habe ich viele Lieder, die hier in Cyberpunk singen, auch auf meiner Playlist. Und deshalb höre ich die Lieder immer wieder und immer wieder. Auf und ab. Auf und ab. Auf und ab. Ich sehe das. Gut gemacht. Wichtig. Wichtig. Hade in den da, Harioshi? Denizu gibt mir Hoffnung. Ach, plötzlich geht es dir wie gut. Also, wer ist dieser Mann? Er wird dir seine Geschichte. Harioshi? In Japan. Brain Sergeant. Topper Ball. Gut instinkt. Ein Tag, Tiger Crow boss needs surgery. Aber beide sterben auf dem Tisch. Tiger Crows waren sehr wütend. Ich bin in den Baten. Ich bin in den USA. Ich bin in den USA. Aber es ist ein Geheimnis. Ich habe den Tiger Crow boss auf der Grunde. Ich habe den Tiger Crow boss auf der Grunde. Welt bester Sergeant. Keine Fehler. Ah, okay. Ja. Early warning about the Tigers would have been nice. I had a hunch you'd manage this just fine. Given that you're here now, I see I was right. Klar. Ich helde jeden Job. Bastien. I know, here. May this blade serve you well. What the fuck? What the fuck? Ich weiß nicht, ich stimme ganz anders. Alphelm. What's your name again? Brin Sergeant. World best. Good instinct. Okay. What's your name again? Brin Sergeant. World best. Oh man. Good instinct. Schön. Where are you from exactly? Brin Sergeant. World best. Oh man, okay, gut. Good instinct. Ich sehe schon. Da krieg ich nichts mehr raus. Ciao, Leute. Vielen Dank. Darf ich das Auto kurz behalten? Ne, darf ich nicht. Haben wir jetzt diese Klinge bekommen? Zeig mal her. Katana. Skalpel. Kategorie 3. Plus ikonisch. Plus 25% Panzerdurchdringung. 21% Chance auf Stromschläge. Hört sich schön an. Könnten wir mal austesten. Boah, sieht auch gut aus. Und ich habe gerade gesehen, wir können hier noch ein bisschen leveln wieder. Das letzte Mal hat uns glaube ich was bei Coolness gefehlt. Und deswegen nehme ich hier diesen Punkt. Ich versuche halt ein bisschen eigentlich alles aufzubauen. Wie man sieht. Ich kann mich irgendwie nicht entscheiden auf was ich genau gehen soll. Ich bin halt manchmal lieber ein Schleich-Typ. Oder Schausschützen-Typ. Beim Ducken 15% Bewegungstempo. 15% Chance auf Schadensminderung. Nämlich. Und dann äh. Gehen wir jetzt mal wieder vielleicht zu Rogue. Äh. Macht mich nicht dumm Leute. Bye bye. Mädchen! Mädchen ist ja auch ziemlich gut. Aber dann sagen wir mal wieder mal ein Schaub. Da geht's. Ich kann ja auch nicht gleich. Und da kommt ja auch richtig aus. Joach, es geht es auch jetzt. Ja? was mir funktioniert eigentlich. Und wenn ich, wenn ich dass間 nicht zu. Wenn man die Motorradfahrt findet. So, da sind wir beim Afterlife. Ich würde einfach jetzt mal wieder reingehen und halt dort warten. Hi, ich bin wieder da. Ne, ne, alles gut gerade, danke. Dann warten die mal. Ich bin wieder da. Ich bin hier, Rogue. Ich bin hier, Rogue. Ich bin da. Hey, Rogue, ich bin zurück. Was ist Helmen? Ein zwei, bitte. Ich bin ein paar Sekunden. Sitze. Dank ist es. Ich hoffe, du hast ihn gefunden. Ich bin nicht so oft. Determination, wie du bist. Du musst wirklich brauchen diesen Mann. Es ist eine Sache. Es ist ein Leben und Tod. Ich habe das auch schon gehört. Ich habe das auch schon gehört. Danke, Claire. Bottle stays. Go ahead. Enjoy. To your health. To yours, kid. Gonna need it. Thanks, Nyx. Queen of the Afterlife. Who woulda thunk? I got a shard for you. Intel. Interesting stuff. You think she'll help? The Rogue I remember was one cold-ass bitch. But she usually went with her gut. Something tells me she thinks you'd check out. It's got something that didn't do. Let's see what you got. Your Hellman's not on any payroll. Not officially, anyway. But he does pop up in JNT's confidential stacks. Es ist ein Kanktau-Subsidiary, Chines Corp. Kanktau hat ihn als ein Figleaf für Jahre alt. Er ist für mehr Sensitive-Aberatungen. Alles klar? Ich denke, du kannst ihn aufhören? Er hat einen Marken auf ihn, sollte man easy sein. Er hat ihn aufhören, eine andere Geschichte entdeckend. Er ist ein Kanktau-Kang-Tau-Konvoi-Routes. Er ist ein Kanktau-Kang-Tau-Konvoi. Was ist, was er? Ansonsten. Aufhören die Spex auf diesen Kanktau-Konvoi. A loan AV, no ground support, no link to Cargo Manifests, either. Weird. Natürlich, Kanktau-Kang-Tau-Konvoi-Routes-Stuf-Unregistered, wenn sie es für den Kanktau-Konvoi-Routes-Stufel. Aber, catch die Lode an der Sävi. Already approved in der System-Konvoi-Routes, aber zu hoch. So definitiv kein Cargo an Board. Aber, es ist ein Passenger-List. Kanktau-Konvoi-Tau-Konvoi-Routes-Stufel, plus ein VIP. Transfer von Chan-T. Our boy, Helmen. That was the good news. There it is. Data's all confidential. You just snap your fingers and it falls in your lap. I know where to look, and I know whose head to put in a vice. Also, hate wasting time, especially answering stupid questions. Diese Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Just out of Kangtao's reach. Guess it's your lucky dead. Dead Zone. I'll grab him there. Gonna need a native to the area. Someone who'll set up the AWP, cobble together the gear. Even tracking that AV will be a bitch. Familiar with the type. Saw Legacy models flying around during the war. Mammoth, but they're quick. Plus, they pack next-gen defenses. Can't take potshots at it, not even with serious firepower. Just won't work. It's not about firepower. There are ways, and people who know them. Or who can at least improvise on a theme. So a native. Know any hick mercs? Just one. Pan Am Palmer. She can't count on her clan anymore, but she's a true nomad. She knows those lands. And she will help you. Won't have a choice. Won't have a choice? Does not sound enticing. Not for her, not for me. Enticing comes at a price you can't possibly afford. Can't possibly afford to blow this chance at Navin Hellman. Your operation, your call. Got a bad feeling, V. Who says this, Johnny? Strange. The nomads give the city and city folk a wide berth. Varies by clan. By the connections they have. The depth of shit they're in. But you're right. Aldecaldos are rarely willing to do biz with the city. Pan Am's got a different take? Yep. On everything, it seems. Why's Pan Am gotta help me? I sense a catch. Pretty big one. Occasionally, Pan Am moves merch for me. Last job? Well, wasn't a good day for her. She run into a hitch. Complete bust, actually. Lost the goods and her ride. Pan Am will do anything to get the load back. Means her dignity. I know her. Okay. Guess I can try to help her, but if we don't know where to look, I mean... We do. I do. You know, but wouldn't tell Pan Am. Aim to play cat and mouse with me, too? My aim is to know an opportunity when I see one, and then to seize it. Say I told her everything. What do you think she'd have done? Grabbed her iron and gone on the warpath, that's what. Not hard to see how that could end it. And there's nothing I hate more than losing good people to plain stupidity. I'm her only chance, and she's my only chance. Two pawns on Rogue's board. You're quick. For a pawn. Oh, V. Fine, let me hear what you know. Rocky Ridge. Ghost town just outside Night City. Pan Am knows where. You'll go there, get the merch back. Wheels, too. Naturally, you'll call her first. Sending you her deets. Ah, finally. Let's get out of here. Wir haben ja kein anderer was, ihr zu vertrauen. Thanks. Good luck. Aber eben. Wir sind dann eine weitere Marionette auf ihrem Schachbrett. Pan und Palme. Neu Kontakt. Rogue. Am Ende Jahres. What the fuck? What the fuck? Fuck. 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 I can't. Knock it off. Knock it off. Knock it off. Hello? Hey, Pan Am. Got your number from Rogue. Hang on, just a little longer. Great. Where's that old woman want to kick me now? This thing between you and Rogue. Couldn't care less. Got a job for you. Good. But I'm overextended at the moment. With the merch in your car? Getting him back? I can help with that. The Royal Freight Yard on Penita Street. The one hugging the city line. We'll meet there. See ya. Trifft dich mit Panem. Irgendjemand hat meinen Motorrad geklaut. Oh man. Wieso? Naja. Ich würde sagen, das war's erstmal wieder von dieser Folge. Das ist Iopunk 2077. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. In 2077, they voted my city the worst place to live in America. Main issues, sky-high rate of violence and more people living below the poverty line than anywhere else. Main issues, sky-high rate of violence and more people living below the poverty line. Main issues, sky-high rate of violence and more people living below the poverty line. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020